. 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 Jo. Macht mich. Warum nicht? Weil wir müssen jetzt weiter. Aber ich muss erstmal alles verkaufen. War gesprungen. Wo werde ich denn diese Harpienflügel los? Ach hier. Das ist ja gut. Huch, da fehlen mir noch ein paar. Naja, egal. Erstmal ein bisschen Inventar gelernt. Also pass auf, wir rennen jetzt hier zurück. Schwarzstein-Extraktion. Den klicken wir jetzt erstmal an, weil dann kommt man nämlich auch wieder bei unseren Pferden auf. Und von da aus reiten wir denn hier die Karudos ins Pöchen treten. Was? Was? Hör mal auf wie du redest. Mach das mal nicht. Man kann sich auch mal gewählt ausdrücken. So jetzt hier. Marsch Marsch. Noob Gamers am Start. Und los. Warte, ich find die Quest nicht. Wo ist denn das nochmal? Wie heißt denn das oben? Und Schwarzstein-Extraktion. Da. Gut. Da kommen wir, da sicher, da kommen wir an unser Pferd vor. Da kommen wir sie ja an. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ach, guck mal. Oh, guck mal. King of the hill. King of the hill. King of the hill. King of the hill. Das sah ja wirklich gut aus. Wenn die da wohin gestellt hat. Ich glaube sie waren jetzt. Aber ich warte ja gar nicht. Auch die rein. Nein, ich bin nur noch im Gast. Oh, nicht eine. Die in der Hand und aus dem Hilfe. Ich bin auch noch im Gast. In der Hand und aus dem Boden. Beide ichest nicht zu Hause. Oh, ist das. so sowieso wieder tausend folgt ist die machen wir nicht und mannig hier darüber springt der fette Riese kommt da nicht rüber dr aber in geschehen jüngst bei mir so und hier eigentlich machen. Wissen nicht. Elite-Soldaten. Huch? Nee. Hier ist mein Wunsch. Das ist aber ein Verständnis. Achso. Zelte haben wir auch abgeschossen. Ja, schuld. Der war ja gut. Oh, halt. Ich hab hier ne Schatzkiste. Was? Wie jetzt? So, wie aktiviere ich denn jetzt meinen Zorn? Wollen wir irgendwie aktivieren? Y. Halb B? Oder klickt das Symbol? Das ist ja wohl. Dadurch wird das Talent nicht ausgelöst. Es wird immer Y. Mal oben auf mich. Es wird schon nicht nur, dass ich mein Zorn jetzt... Nee, das ist die andere Tasse. Wo bist du denn? Was sind denn? Töte Schamanen. Deletesoldaten und so. Bist du ein Berg? Nee. Und immer noch oben drauf, ne? Ja. Ja. Ich brauche immer noch zwei Liter Soldaten. Ach, da sind sie schon. Danke. Danke. Ach, wofür? So, was haben wir jetzt? Das war eine Schwarz-Gels-Geschichte, ne, ne? Ne, eine Schwarz-Gels-Fassier. Okay, dann können wir jetzt, wohin? Da fährt man. Das ist eigentlich schon gar nicht. Bist du dir sicher, dass du in die richtige Richtung wirst? Oh. 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 Das ist meiner. Das ist meiner. Oh, hier ist so geil. Was war das denn? Nein, von dem. Ach so. Ach so. Das sind die Familien schade, ich dachte gerade, boah, die stehen so geil, da laufenden Haufen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Schade, schade, schade. Wo bist du denn? Ja, ich bin schon weiter hin. Aber unser Pferd steht doch bei dem... ...steht doch niemals da hinten. Habe ich die falsche Richtung? Ich bin auf jeden Fall tierisch schnell weg. Ey, cool, da rettet ihr doch auf so einem fetten Büffel. Ach so, so ein Bauer. Die Viecher finde ich ja auch cool, ne? Auf dem die Bauern da retten. Wie hessen die? Äh, warte, die sagst du nicht. Langhaar-Wiesent, genau. So was für die Kucht, so was wäre doch für den Riesen die Notrische. Das stimmt, das wert. Ah, killin' an. Hat man mal jetzt die Gericht? Ultimative Bastille-Kampf-Ansch. Trotzdem war man schlecht als mehr. Also, ich will nicht sagen, aber ich muss, Angeber... Ich weiß gar nicht, weil du... Jetzt denkt sich keiner, mich zu mögen. Ein Glück. Ach, naja. Hab mir ja extra einen Freund gesucht, den ich auch die ganze Zeit wenigstens voll machen kann, weil ich nicht rein kann. So, hier. Pedaler, da ist er. Da steht er rum. Und zwar dumm. Dumm und sinnlos. Gut. Was ist hier jetzt so mit den Quest? Habt ihr den nicht? Ist das ein anderer, der den Quest hat? Warum hat denn der nicht die Quest? Wo ist denn jetzt die Quest? Ja. Hat er doch. Du musst den anquatschen und der nächste auf... extrahieren. Achso. Ah. Kim Schwarzstein. Achso, ich muss die Axt darin setzen. Achso, er meint, dass ich einen Schwarzstein kriege. Ich extrahiere was, um einen Schwarzstein zu kriegen. Alles klar. Müsste der nicht heißen, Axt extrahieren? Nee. Stimmt, Schwarzstein muss richtig. Gut. Haben wir das auch geklärt. Fangen wir mal den Schwarzstein ist, wird der zu sagen. Nee, du musst den Typen nochmal einquatschen. Wie wird ja, ne? Also, das haben sie ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich. Dass man immer wieder zwölfmal ansprechen muss, um irgendwas zu werden. Ja, gut, die gibt's ja immer. Aber der Schwarzgeist hat jetzt nichts. Nee, du musst den... Den Rüstungszügen hast du ja nochmal nicht machen. Den Rüstungszügen. Und der hat hier eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Und... Ah, weiß ich nicht. Ja, irgendwas hat er mir, ja, das hat er mir. Will die Multias oder so, ja. Hm, hm. Okay, nun? Ja, wir sind jetzt besser als ein jetzt hier oder schlecht. Nee, schlechter. Ein Süd. Ja, nee, genau. Kannst du nochmal gucken, ob du noch ein paar Edelsteine in deine Waffe basteln willst, um da bis jetzt schon da zu machen? Ja, so ja, die Dinger, die jetzt so trocken, 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 schrallen, nieselang. So. Na, muss mir jetzt aber helfen, weil die Karin... Ich meine Verstärkung, Verstärkung habe ich gerade nichts. Nee, zur Verstärkung habe ich gerade nichts. Aber einfassen könnte ich mit. Soll ich die wirklich machen? Angriff plus eins und so? Ja. Was haben wir denn hier? Magie, Kristall, der Proton in Flamme macht. Angriffskraft plus eins, habe ich viermal. Ohne Präzision plus hier, kann er nicht schaden. Und Angriff plus eins, auch einsetzen. Warum ist der dritte, glaubt man nicht frei? Also ich kann nur zwei und der dritte ist ausgetraut? Naja, naja, bessere Waffen haben wir natürlich mehr, ähm... Na, aber warum zeigt er mir den erst an, den dritten? Ja, maximal drei jetzt. So, und wenn ich die darin gepackt habe, war dann schon... Ja, dann können wir einfach rechtes Klick und dann... Also was ich cool finde hier ist zum Beispiel, dass sich... Vielleicht wieder selbst sortiert. Also wenn man jetzt so sonst leere Slots hätte oder so, dass er gleich halt wieder aufgerückt. Ist nicht schlecht. So, Verstärkung. Ach, schluss. Ja, Verstärkung brauchst du jetzt noch nicht. Okay. So, welche Quests machen wir jetzt? Wir müssen jetzt hier... Komm, abgeschlossen hier, frühe Bindung, Bildung. Das heißt, da müssen wir jetzt hier wieder zu dem... ...Typ zurückreiten. Wo ist denn dein Pferd? Ach so, äh... Irgendwo. Hier, der dritte zur Seite. Ich stehe Fatschen. Oh, das ist ja mal voll umständig. Reitest du durch die Taiga? Ja, kurz ist er wegbar. Aber über Stock und über Stein können wir jetzt nicht so. Verstärkung nicht, wir werden... Ja. 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 ach du scheiße ich bin in der Höhle gelandet wo ich leider mit dem Pferd nicht mehr rauskomme ach du scheiße ja wer ist mir mal hinterher herritten ich muss mal kurz die Zwischenquests noch abnehmen das ist cool zufällig vorbeikommen Dreckfest abgeschlossen ich hab's ja nicht mehr gekriegt verrückt irgendwer ein Pferd an Pferd Pferd wie kommt man eigentlich auf so einen Namen ich meine wenn man so ein Urmensch ist und so und zum ersten Mal so ein Ding sieht und dann sagt man Pferd warum Pferd heißt Pferd alt? Pferd nicht Pferd aber er ist schon Lass mal Pferd hier stehen bist du schon da? also wo bist du denn jetzt? na bei der Truller und das abheben Niederschlagung beginn der Demonstration oder so genau findet Kar Seran oder so oder was musst du machen? äh äh genau brauchen wir dazu unser Mount warte mal wo jetzt hin jo nehmen wir eine Mount aber obwohl wir müssen hier auch noch Gefangene befreien ach ne ok kann ich auch irgendwann erleben wenn ihr nehmen genau morgen zum Beispiel ist morgen Abend auch nicht da? ist morgen auch nicht wenn wir heute da haben über Ostern nicht da bist na ne morgen bin ich bei Heike achso und also Freitagabend könnte nochmal klappen ich weiß nicht wie du da arbeitest immer da also aber erst ab 22.30 ja ja könnte ich auch nicht jo naja passt ja genau also Leute dann halten wir das mal so fest Freitag Karfreitag 22.30 genau wer absolut abenseelig Leben hat genau keine Freunde keine Familie oder wer sie einfach nicht mag genau der kann natürlich auch sein ne das hätte ich gar nicht gedacht so und das gibt die Höhle wo ist es die Ideen jetzt da bin ich doch vorhin drin gefallen mit meinem Mount naja hier bin ich mit meinem Pferd drin gefallen aber jetzt ist ja nicht so langsam sollte ich anfangen mein Equipment ein bisschen aufzuwerten und so weil die Gegner fallen jetzt nicht mehr so schnell rein müssen ja auch nicht kann ja auch ein bisschen herausfordernd sein ja die herausfordernde ist auch nicht gefällt einfach wo ist es nicht so schnell um zieht die ganze Sache nur in eine Länge ich habe gerade den Titel hier gekriegt ich bedauere ich bin schlau da ja da ja 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 hier machen ich weiß nicht was drin ist aber es stimmt ja so zu Wort nachrichtige diese Mannschaft welchen Zufall also so Koinzidenz ist wenn halt irgendwas passiert wird eigentlich nicht passieren soll oder eigentlich nicht aufgrund dessen passiert ist aber dann trotzdem passiert ist wie gerade eben zum Beispiel ich habe ja auf meinen auf meinen also hier meine Q-Taste ist halt hier mein Uppercut den macht er aber nur wenn ich halt im Kampf bin bist du nicht im Kampf denn macht er eine Vorwärtsrolle und zwar nicht eine coole Ausweichvorwärtsrolle sondern eine relativ langsame ziemlich unsportlich und im selben Moment wo ich dann mit dieser unsportlichen Vorwärtsrolle ähm einem Gegner aus dem Weg kam dann sie haben einen Talentpunkt gratuliert langsam vorwärtsrollen mit der Koolis Hölz meine Soldaten sind enthalten und wir werden sie zurück auf jeden Fall bringen wir sie zurück Ich wollte schon wieder so langsam binden, aber ich spiele ja mein Essen nicht an. Echt, jetzt mit einem Tempo merkst du also, oder? Ich mach das doch. Okay. Bist du? Hast du Hilfe wieder Quests angenommen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir lieb? So, wohin, mein Freund? Ich muss immer noch in die Höhle. Was? Ich hab null von 60. Siehste, du hast jetzt davon. Wo, wo ist mein Hauptquests? Ne, das ist doch die. Ne, hier müssen wir, müssen wir in die Höhle oder nicht? Ne, da war ich doch eben, da waren wir doch eben drinnen in der Höhle. Du wolltest durch die Höhle durch jetzt hier machen. Mit Shared? Nein, müssen wir uns hier durchschnetzeln. Seid doch. Da ist doch klare Begründung, da ist doch unser Hauptquests. Ja, der meckert doch nicht, dass ich hier einen Quest annehme. Nee, du hast da andere Quests angenommen. Und du wirst die Autoroute annehmen. Nein, nein, nein. Da musst du dich irren, da musst du dich irren. Ich hab ja in meinen Quests, da ist ein Quest aktuell, wo der Autoroute anlässt. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Wieso Autoroute? Ja, das ist gut. Sag was von anderen, das ist schon krass. Ja, gut. Was sagt das Autoroute? Nichts, alles gut. Du hast heute gebeträtet, viel gut. Du hast heute gebeträtet. Du hast heute gebeträtet. Nichts, alles gut. Oh nein! Nein! Da muss ich sagen. Was der sagt. Wir müssen uns durch die Höhle durchschnätzeln. Das hält wenig extra ans Ende der Höhle ja. Entschuldigung. nicht mal klarer ausdrucken das ist nicht wahrscheinlich sind nur rundum ja 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 Entschuldigung, falls es hier ein bisschen länger dauert, aber das macht mir so einen Spaß, kann ich immer nicht trennen hier, wenn die hier guck mal rein würden, doch Mensch kommt es so schön, dass es uns hier vermöbelst, geht auch nicht, bleib mal ein bisschen, ja wenigstens kriegen sie mal Aufmerksamkeit, egal wie auch immer die Art, ey der Dicke kommt da nicht hoch, wie hast du das, komm mal nicht hoch, Kette wie die Spur, doch die Plus 25 Spuren höher gemacht, so lebt man ihn fährt noch, guck mal sie so, wird ne neue Termine flischen, Warte mal kurz, nur Inventarsvoll halt, Alt 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 in Nodes volt, wie ich hier nicht mehr, so ist die plätze frei roter rohkristall ich habe hier kampfhandschuhe ohne ende die können wir ja nicht brauchen ist irgendwo in laden sicher was man halt auch machen kann man kann halt hier so sachen überall über das kräftige menü zerschmelzen und ich dann halt irgendwelche wertvollen okay dann probieren wir noch mal unter l schmelzen schmelzen sagst du ja schmelzen? schmelzen? ach jetzt äh wo steht denn trocken? so dann packen wir jetzt hier zwei handschuhe drin und machen mal herstellen Inventar müssten zwei plätze oder mehr frei sein scheiße Blurkenholz brauchst du Blurkenholz mein freund? nö heute noch nicht hab schon geknabbert so ok wir erhitzen und zwar erhitzen wir jetzt 1,2,3 handschuhe dann mach mal das alles kaputt das ist der Bekehr abdruckt so wird das nicht sagt er da brauch ich noch was andere zu ja man, also nicht zwei handschuhe drin, sondern nur eben also wenn wir alles eins sind ach so also du kannst, wenn du zwei gleiche hantüsen kannst du vielleicht antippen wie äh von derselben Art macht kaputt macht das hintereinander weg, aber gleichzeitig nicht und hier deine ganzen kristalle die du vielleicht hast, die kannst du auch zermahlen aber nicht die schwarzsteine und auch nicht die schwarzen kristall splitter, falls du sowas benutzt falls du sowas benutzt ja, aber dann kriegt doch auch bloß was anderes dafür das hilft mir doch jetzt ja auch nicht naja, doch insofern dass du bei den kristallen ist ja so, dass die ja nicht stacken du kriegst halt Items, die stacken Schau mal, ob du wirklich richtig stehst. Okay, sieht schon ganz gut aus. So, nochmal. Wie kriegt das hier, da sagt, der meckert halt, oh Mann. Ich habe hier irgendwie voraus einen Topaz bekommen. Habe aber keine Ahnung, was ich da machen soll. Was hast du hier kriegt? Topaz. Einen Topaz. Genau. Muss ich nicht immer gewählt ausdrücken. Ich zermal den Topaz einfach, oh Mann. Aber du wirst nicht im Zutaten. Was hat ich denn jetzt eigentlich gekriegt? Wo steht dann, was ich eigentlich da rauskriege? Achso, das steht, wenn ich fertig bin. Ich schmolzen da irgendwas. Und was bringt mir das? Das bringt mir gar nichts. Ich habe jetzt hier irgendwelche Spur der Gewalt. Ne, Spur der Gewalt. Zweck damit, mit so einem Scheiß. Wurde es mir unnüscht. Na gut, egal. So, drei Plätze habe ich frei. Das reicht wahrscheinlich nicht, aber gut. Na gut, ja, vielleicht finden wir irgendwo mal unterwegs was verkaufen. Lass uns mal den Endboss machen, der droppt die Visionen. Ja, ich brauchte ja erstmal Platz, um die Quest anzunehmen. So. Riesenhafte Kunde. Muss man da auf Mount? Wir reiten. Wir reiten. Nur leichte die Peck. Wir gehen gut uns jagen. So, bevor wir da ankommen, ich gehe nochmal schnell in den Raum. Doch. Dann reiten wir doch auch wieder irgendwo hin. Ist doch egal. Ja, aber hoffentlich weiter als jetzt. Lef schon fast da. Du. Mit deinem Mega-Flitzer. Achso, ich reite hier schon wieder. Nicht straight ahead. Gut, so. Wo hast du denn den Mount gelassen? Zur Sicherheit. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, warte, ich will die Zwischensicht. Hast du Lied? Mal weglied? Ne, das ist klar. Du Termin. Alles klar, du zieht nach einem Gegner aus, nicht alleine nicht. 5 wenn aber das mitzimmer auswahl zur auswahl jetzt ganz ehrlich was machst du die ganze zeit nur faxen während die medien abkämpfe klar du wolltest gucken ob ich das schaffe oder ob ich überhaupt ständig stellst du mich auf und stein sogar hohe so hoffte wieder eine satteltasche errichtet nein glück wo welchen gehen nach kalfjörnstadt über wasser das sieht mal so aus wo die karte auf sie grauen gut du beschützt mich ja ich gehe nach oben und das wird zeit dass ich eine stadt für zwei plätze bis gleich so so Das war's für heute. Okay. Poverty is not a sin. It is merely pain. Poverty is not a sin. 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 Poverty is not a sin.